Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Für diesen Satz allein könnte man Christ werden. Finde ich. Nicht, weil ich ein perverses Vergnügen an moralischer Überforderung hätte. Auch nicht, weil ich die Hölle kleinrede, die Menschen einander als Feinde antun. Und manchmal denke ich sogar, dass Feindesliebe eigentlich unmöglich ist. Von Jesus wird erzählt, dass er für seine Henker betete. Immerhin. Vielleicht gab es auch später Menschen, die das konnten. Für mich selbst würde ich die Hand nicht ins Feuer legen. Und trotzdem werde ich diesen Satz nicht los. Er bohrt in mir, denn er weckt in mir die ungemütliche Ahnung, dass meine Freundschaften und Lieben im Kern vielleicht nur emotionale Tauschgeschäfte sind. Bist du mein Freund, bin ich dein Freund. Lädst du mich ein, lade ich dich ein. Schenkst du mir was, schenke ich dir was. Damit lebe ich meistens ganz gut. Solange dieses Gleichgewicht des Wohlwollens hält. Aber ist das die Liebe, die ich eigentlich meine? Spätestens wenn es Streit gibt oder sogar Feind schafft, dann reicht die Logik des Deals nicht aus, um die Beziehungen zu kitten. Spätestens dann, aber eigentlich schon früher, bräuchte es eine großzügige Liebe, die keine noch so subtile Gegenleistung einkalkuliert. Jesu Wort von der Feindesliebe ist für mich das Signal, dass unsere geschundene Welt Großzügigkeit braucht. Keine Deals. Und sie sagt mir, dass Gott den Menschen offenbar das Unmögliche zutraut. Gott den Menschen offenbar das Unmögliche zutraut.